Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Rainer Ernst. Heute soll es um die neue Welthandelswährung gehen. Auch Goldstandard-gedeckte Währung genannt, auch Gold-gedeckte Währung genannt, auch Bricks-Währung genannt, wie auch immer. Ihr findet dazu sehr viele Sendungen und Podcasts bei YouTube von irgendwelchen Leuten, die sich mit Wirtschaft beschäftigen. Ich werde nicht versuchen, klüger als die zu sein. Vielmehr möchte ich euch die Grundlagen der gegenwärtigen Weltordnung, der Finanzweltordnung erklären, so dass ihr wisst, was der Ist-Zustand ist und was uns jetzt demnächst bevorsteht. Und vor allem der wichtige Part ist, welche Auswirkungen wirtschaftlicher und vor allem geopolitischer Natur wird es auf uns haben. Habt Spaß! Zuerst mal müsst ihr wissen, traditionell gesehen sind Edelmetalle schon immer ein Zahlungsmittel gewesen, außer in der Steinzeit. Man geht davon aus, dass auch die Menschen der Steinzeit irgendwie getauscht haben. Eine Währung hatten sie dafür nicht. Die ersten Währungen gab es so im östlichen Mittelmeerraum. Also man weiß, dass zum Beispiel die alten Ägypter schon so eine Art Silberstandardbarren hatten, den sie als zentrales Tauschmittel auf ihren Märkten verwendet haben. Vor allem haben sie ihn auch verwendet, um anhand von diesem Barren sowas wie ein Standardpreis für jedes Produkt festzulegen. Ihr müsst bedenken, wenn du einen Marktplatz hast, aber du hast kein Geld. Es gibt kein Geld in deiner Welt. Dann hast du ja erstmal tausende von Produkten und jetzt musst du überlegen, wie viele Äxte kostet ein Schwein? Wie viele, keine Ahnung, Äpfel kostet ein Rind? Wie viele Äxte kostet ein Schraubenzieher? Wie viel dies, wie viel das? Es ist unglaublich schwer. Man denkt, dass ab einer bestimmten Menge X, also sagen wir mal, solange es nur 100 oder 1000 Produkte waren, die auf so einem ägyptischen Markt damals angeboten wurden, war es vielleicht noch möglich, dass irgendwelche Leute die Wechselkurse im Kopf haben konnten. Wenn einer das sein Leben lang macht und da so ein Markthändler ist, dann konnte er das wahrscheinlich. Aber ab einem bestimmten Punkt wurde es einfach zu viel. Das heißt, das Problem war, man brauchte ein universelles Tauschmittel, einfach damit man die Preise aller Produkte zu diesem Tauschmittel festlegt, auch wenn das Tauschmittel selber in dem Geschäft gar nicht vorkommt. Politische als ordnungswirtschaftliche Größe waren Edelmetalle wichtig. Und dann im Verlauf der Geschichte gab es ja dann diverse Weiterentwicklungen. Es wurden irgendwelche Goldmünzen eingeführt oder auch andere Münzen, wusstet ihr übrigens, wenn ihr euch mal so ein 2-Euro-Stück zur Hand nehmt und dann tastet ihr mal den Rand der Münze ab. Da habt ihr ja so Kerben. Zum Beispiel früher war es nicht unüblich, dass Menschen bei Goldmünzen, wenn sie mal eine hatten und sich zu Hause hingesetzt haben und Gold abgeschabt haben. Das heißt, die Münzen wurden immer kleiner und der Goldanteil der Münze wurde immer weniger. Und dann gab es diese Innovation, dass jemand gesagt hat, alles klar, wir brauchen etwas, also wir brauchen eine Prägung und wir brauchen auch irgendwie ein Muster am Rand, dass man sehen kann, ob jemand diese Goldmünze irgendwie verkleinert hat. Die alten Römer hatten zum Beispiel den Sesterz. Und ihr müsst bedenken, schon bei den alten Römern gab es diesen Effekt. In der Zeit von Kaiser Augustus war der Sesterz unglaublich rein und hatte einen unglaublich hohen Goldanteil. Es war nichts anderes drin als viel Gold und klein wenig Silber, damit die Regierung irgendwelche besseren Eigenschaften dadurch bekommt. Aber es war auf keinen Fall der Sinn, die Sparer irgendwie zu betrügen, wenn ihr versteht, was ich meine. Das war nicht der Plan von Augustus, er wollte eine Währung für das ganze Reich einführen, das hatte er dann. Aber es gab natürlich auch später weitere Auflagen, also dass andere Herrscher wieder neue Sesterze produziert haben. Und faszinierenderweise waren die in ihrer Qualität stetig abnehmend. Also nur diese ersten, diese Sesterzen von Kaiser Augustus, die allerersten Sesterzen, die er damals so neu eingeführt hatte, die hatten einen wirklich hohen Goldanteil. Wenn du so einen heute findest, die sehen auch richtig nice aus. Also Sesterzen aus dieser Zeit, die nehmen keine Patina an, gar nichts, die sind unvergänglich. Wie gesagt, wenn du einen hast, der sieht noch so richtig geil aus wie so ein geiler Goldluck hat. Alle späteren Sesterzen, die hatten irgendwelche Verunreinigungen und man tat immer mehr Silber rein und so weiter und so fort. Ich denke mal, ihr könnt euch vorstellen, worauf es denn ausläuft. Jetzt müsst ihr Folgendes überlegen. Als dann das Papiergeld eingeführt wurde, war das Argument, dass man nicht so schwer schleppen muss. Weil du musst bedenken, noch bis vor 150 Jahren war es komplett üblich, dass man Gold, wenn es den Besitzer wechselt, auch hin und her transportiert. Da kennst du ja bestimmt irgendwelche Western mit irgendwelchen Cowboys, die im milden Westen, die Postkutsche überfallen und den Zug überfallen und sonst was überfallen. Und irgendwelche Golddoller klauen. Man hat Papiergeld eingeführt, damit das nicht so ohne weiteres passieren kann und damit man auch größere Geldmengen bei sich tragen kann. Und das sah in der Form aus. Alle Währungen, sagen wir mal noch zu Kaisers Zeiten, war die deutsche Reichsmark gedeckt mit Gold. Und das heißt, es gab einen Geldschein, den hattest du. Und da stand auch wirklich irgendwo drauf, dieser Geldschein entspricht dem Gegenwert von so und so viel Gramm Gold. Und das war in Großbritannien. Genau das gleiche mit dem Pfund. Das Pfund war auch Gold gedeckt. Und das war dann später in den USA, als der Dollar zur Weltleitwährung wurde, war das auch eine ganze Zeit lang so. Also wie gesagt, es stand ein Gegenwert dieses Dollars, es stand auf der Banknote drauf. Und du konntest, du hattest ein Recht darauf, zur Bank zu gehen in den USA und zu sagen, hier, ich habe 1000 Dollar, rechnet bitte aus oder so. Ich habe mal ausgerechnet, das sind, keine Ahnung, das ist jetzt eine Unze, gebt mir mal eine Unze Gold. Ihr habt ja eure Dollar. Und dazu muss man Folgendes wissen. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren die größten Goldschätze eher in Europa, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und diesen Ländern. Teilweise auch Japan und Russland und China. Aber die Amerikaner haben damals, sie waren ja sozusagen das Backend der Alliierten. Sie produzierten für alle Fronten auf der ganzen Welt. Und sie lieferten ihre Waffen an ihre Verbündeten natürlich nicht kostenlos. Versteht ihr? Nichts davon. Was der Amerikaner je für uns getan hat, war kostenlos. Dieses Ganze geschätzt mit unseren Freunden. Der Amerikaner ist ein Dienstleister, der verkauft seine Dienste für Geld. Und wenn man zahlen kann, dann ist man ein guter Kunde, dann behandelt er einen mit Respekt, ihr wisst ja wie das läuft. Aber wenn man das nicht ist, also wenn man kein Gold hatte, dann hatte man Pech gehabt. Dann haben die USA nur in die Nase gerümpft. Und dieser Effekt während des Zweiten Weltkrieges hatte zur Folge, dass die Goldreserven alle Verbündeten der USA schmolzen und sich dafür das Gold in den USA wiederfand. Und dann gab es ja noch dieses andere Ding. Vielleicht habt ihr das mal mitbekommen, Hitlers Gold und dieses ganze Ding. Also es war wohl so, das ist auch teilweise ungeklärt, weil die Amerikaner den Mantel des Schweigens drüber gelegt haben. Die wollen anscheinend gar nicht, dass man das so genau weiß. Auf jeden Fall haben die Nazis die deutschen Goldvorräte, die sie in ganz Europa zusammengeklaut hatten. Das müsst ihr bedenken. Die Nazis haben alles mitgenommen, Zahngold, einfach alles. Hitler hatte Großes vor, er wollte die Weltherrschaft und dafür hat alles Gold eingesackt. Und dieses ganze Gold fiel auch noch den Amerikanern in die Hände irgendwo in Bayern. Die hatten es, die haben es abtransportiert, die haben es in die USA geschafft, da lag es. All das, was ich eben beschrieben habe, alle zur Folge. 1945, als dieser neue Golddollar dann eingeführt wurde und auch zur Weltleitwährung wurde, hatten die Amis 20.000 Tonnen Gold gebunkert. So, Pi mal Daumen, das ist unglaublich viel. Gold kommt gar nicht so oft vor, wie man denkt. Ein paar Tausend Tonnen Gold, das ist heute schon ein riesiger Schatz. Und gleichzeitig war es so, dass lange Zeit die Wechselkurse zwischen dem Dollar und irgendwelchen anderen Ökonomien des Westen, sagen wir mal der D-Mark, die waren fest. Das bedeutet, in gewisser Weise war auch die deutsche Mark Gold gedeckt in dieser damaligen Zeit. Weil wenn der Kurs fest ist, du hast eine bestimmte Anzahl an D-Mark, dann gehst du in die USA. Gut, da hast du einen kleinen Verlust. Wenn du deine D-Mark in Dollar tauscht, okay. Aber dann hast du Dollar und da steht ja drauf, wie viel Gold dir dafür zusteht. Und das hat auch wiederum zur Folge, dass die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwelche riesigen Defizite gefahren haben. Ihr müsst bedenken, der Korea-Krieg, der Vietnamkrieg, das Apollo-Programm. Das waren alles so staatliche Prestigeprojekte der USA, die unglaublich teuer waren. Und die die USA nur stemmen konnten, indem sie zugelassen haben, dass sie ein großes Defizit gegenüber irgendwelchen Lieferanten aufbauen. Das heißt also, zwischen 1945 bis 1971, als die Golddeckung abgeschafft wurde, schmolzen die Vorräte der USA auf ungefähr 8000 Tonnen Gold. Und der damalige Präsident der USA war Richard Nixon. Der hatte irgendwann Besuch von irgendwelchen Wirtschaftsexperten. Die haben zu ihm gesagt, Mr. President, wir haben jetzt schon mehr Dollar im internationalen Kreisläufen irgendwo drin. Ihr müsst bedenken, wenn du in der damaligen Zeit als Staat sparen wolltest, das war damals so, das ist ja de facto bis heute noch so, in weiten Teilen. Dann sparst du ja einen Dollar. Aber natürlich, wenn du da jetzt irgendwie 100 Milliarden Dollar irgendwo bunkerst und du bist Saudi-Arabien, dann weißt du auch ganz genau, wie viel diese Dollar in Gold wert sind. Trotzdem macht es für dich Sinn, nicht unbedingt das Gold nach Saudi-Arabien, das gab es damals sowieso nicht. Das blieb da in den USA. Es wurde quasi nur umdeklariert. Dass man große Mengen Gold irgendwo in der Weltgeschichte hin und her transportiert, das gibt es heute nicht mehr. Sondern man hat einen Goldhandelsplatz, wie gesagt, das ist Fort Knox in den USA. Da ist ein Haufen Gold. Und wenn den jemand abkauft, dann kommt ein Mitarbeiter und ändert einfach nur das Schild, wo draufsteht, wer der Besitzer ist. Okay, vorher war, sagen wir mal, Japan der Besitzer, jetzt ist Deutschland der Besitzer. Aber trotzdem, war es natürlich sinnvoll, einen Teil seiner Reserven, seines Ersparten auch in Dollar vorrätig zu halten. Nun war es aber so, diese Ersparnisse anderer Länder waren zu der damaligen Zeit schon mehr wert, den Gold, als die amerikanischen Goldreserven wert waren. Das heißt also, ihr kennt ja das mit dem Bankenrun. Wenn ein Bankenrun ist, dann rennen alle zur Bank und wollen sofort ihr Geld abheben. Also, Nixon wurde halt verklickert und wurde klar gemacht, wenn jetzt alle Länder auf der Welt uns irgendwie feindlich gesonnen wären ab morgen und alle kommen an und sagen, gebt uns unser Gold. Dann hätten wir nicht genug Gold da, um unsere gesamten Dollar, die wir rausgegeben haben, zurückzukaufen. Daraufhin hat Nixon sich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion überlegt, verdammte Axt, du kannst nicht weitergehen, wir haben gar nicht so viel Gold. Die Geldmenge auf der ganzen Welt wächst und wächst, ich heb den Gold Dollar auf. Das hat er so relativ überraschend gemacht. Ein kleiner Exkurs zur Geldschöpfungstheorie. Solange Währungen goldgedeckt waren, war die Geldschöpfung nicht unendlich. Aber heute passiert ja Geldschöpfung durch Bilanzverlängerung. Das bedeutet, wenn du irgendwo hin gehst und du nimmst einen Kredit auf und sagen wir mal, du hast deine Sicherheit, also nimmst deine Hypothek auf. Ein Kredit, der durch deine Hypothek gedeckt ist. Und dann hast du in dem Moment Geld geschöpft. So entsteht heute Geld. In dem Moment, wo du dann bei der Bank ein Wallet hast, die sagen, okay, alles klar, das, was du da besitzt, ist, sagen wir mal, eine Million wert. Wir geben dir jetzt einen Kreditrahmen von 900.000. Und wenn du dann irgendwann mal diesen Kreditrahmen überziehen willst, dann müssen wir nochmal reden. Dann musst du neue Sicherheiten bringen. In dem Moment hast du Geld geschöpft. Wenn du jetzt hingehen würdest, also elektronisch ja sowieso, in dem Moment, wo dein Konto existiert und wo du es theoretisch auch durch Schulden belasten könntest, ist das Geld erzeugt worden. Und wenn du jetzt wirklich hingehst und sagst, ja, ich habe jetzt hier 900.000 Kreditrahmen, ich nehme mal die 900.000, zahle die mir mal bitte aus in Cash Money. Nee, dann gehe ich irgendwo hin und verjubel die und dann habe ich Geld geschaffen. Das heißt also, in gewisser Weise war die Bilanzverlängerung und die Geldschöpfung über die nötigen Goldreserven genau schon vor 71 Standard. Die USA haben das so ein bisschen gemacht, aber sie haben es nicht so drastisch gemacht wie in den letzten Jahrzehnten. Aber dann, danach gab es kein Halten mehr. Jetzt müsst ihr auch bedenken. Irgendwelche anderen Staaten, die wurden ja in dem Moment quasi betrogen. Sie hatten ja eigentlich Dollar gehortet als Schuldschein, als Schatzbrief oder Schuldverschreibung für Gold. Versteht ihr, sie wollten nicht Papier, sie wollten Gold. Aber wiederum war das Problem, Gold konnten sie jetzt ab dem Moment nicht mehr kriegen. Sie konnten ja trotzdem das Geld irgendwie sinnvoll ausgeben. Also haben alle mitgemacht. Versteht ihr ja, Deutschland hat damals auch die Deutsche Bundesbank, hat viel Geld ausgegeben, um den Dollarkurs zu stützen. Weil wenn sie das nicht getan hätten, nehmen wir an, der Weltmarkt hätte den Dollar abgelehnt. So, jetzt wollen wir keine Dollar mehr, das ist ja Schuld, das ist ja nur Papier. Dann wären auch die Devisenreserven dieser Länder über Nacht wertlos geworden. Das heißt, sie hatten keine Wahl. Außerdem war ja der Kalte Krieg und man war ja irgendwie angewiesen darauf, nicht zum Opfer der Russen zu werden, der Sowjetunion. Das war schauer Praktis, also konnte man es auch mit den USA nicht verscherzen. Und das hat wiederum eine Weltwirtschaft geschaffen, die im Endeffekt schon seit 1971 aus den Fugen geraten ist. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ja bestimmt schon mal diese Dokus gesehen, dass die Chinesen da irgendwelche Millionenstädte in China bauen, da wohnt aber keiner. Ist euch das, leuchtet euch das jetzt ein nach diesem Beispiel. Weil der Dollar einer Inflation unterworfen ist. Es gibt immer eine inländische Inflation, also die Teuerungsrate in den USA. Es gibt aber auch die Teuerungsrate weltweit. Und ich gebe euch nur eine Zahl, damit ihr versteht, was das Problem ist. Es gibt die sogenannte Hamburger Parität. Wenn ich irgendwelche Dinge vergleichen will in verschiedenen Ländern, müsst ihr bedenken, verschiedene Länder haben, verschiedene politische und wirtschaftliche Systeme, die Höhe der Löhne ist sehr unterschiedlich, die Kaufkraft und so weiter. Das ist normal. Aber es gibt die sogenannte Hamburger Parität. Das bedeutet, sagen wir mal, wenn ich in der Schweiz in den 60er Jahren einen Hawaii-Toast gegessen habe, irgendwo in einem Restaurant. So, was hat mich das gekostet? Und was hat es in Gold gekostet? Und dann wiederum, was ist ein Hawaii-Toast in der Schweiz heute wert? Was ist es in den USA wert? Was ist es in China wert? Was ist es sonst so wert? Das nennt man die sogenannte Hamburger Parität. Weil es überall auf der Welt ein Sandwich gibt. Versteht ihr? Es gibt kein Land auf der Welt, wo ich mir keine Stulle schmieren kann. Und ich konnte mir 1971 oder 1945 auch schon eine Stulle schmieren. Jetzt müsst ihr bedenken, wenn man über diese Hamburger Parität geht. Das ist wirklich ein Begriff aus der Betriebswirtschaft. Könnte ich auch genau durchlesen, warum dieser Begriff sehr sinnvoll ist, um solche internationalen Probleme zu verstehen und sie zu analysieren. Laut der Hamburger Parität ist der Preis für Hamburger, sagen wir mal, ich hätte eine Unzu Gold gehabt, damals 1971, dann hätte ich dafür 300 Hamburger kaufen können, 300 Sandwiches. Heute sind es nur noch 15 Sandwiches. Versteht ihr? Das ist kein langer Zeitraum von 71 bis 23. Das sind nur 52 Jahre. Trotzdem hat der Dollar um 95% abgewertet. Deswegen haben auch diese ganzen Rohstofflieferanten, zum Beispiel Dubai, deswegen rennen die ja auch wie blöde hin und bauen irgendwelche komischen aufgeschütteten Inseln und bauen irgendwelche Wolkenkratzer, die bauen wie blöde. Alle diese Lieferantenstaaten verbauen ihre Devisenreserven die ganze Zeit schon seit damals wie blöde in irgendwas. Versteht ihr? Wenn der Chinese so eine Millionenstadt baut, dann kurbelt er auch die Konjunktur an, er schafft Arbeitsplätze, das ist gut für irgendwelche Bauunternehmen, die können sich dann weiterentwickeln, können Investitionen tätigen und, und, und. Das kennt ihr ja alles. Besser ist, das Geld irgendwo zu haben und einfach zuzugucken, wie es jedes Jahr immer weniger wird. Und es gibt irgendwelche Statistiken, dass allein in Deutschland, und man muss dir vorstellen, von diesem nicht gedeckten, nicht goldgedeckten Dollar, profitieren ja verschiedene Akteure unterschiedlich. Also, alle Länder, die harte Assets liefern, die irgendwelche Rohstoffe liefern, die verlieren dabei. Alle Länder, die Hersteller sind, so wie Deutschland, gewinnen daran. Aber natürlich gewinnen die USA mehr dadurch, als wir in Deutschland und natürlich gewinnt der kleine Joe, der da irgendwo in Amerika malochen geht, nicht so viel dadurch, wie Blackrock und Larry Fink, so nach dem Motto. Aber trotzdem, es ist so, dass wir in Deutschland ungefähr 1000 Euro in der Tasche haben, jedes Jahr, allein nur durch diesen Effekt. Und, wenn wir hier von Deutschland reden und von irgendwelchen Orthonormalverbrauchern, wie wir es sind, dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie viel Geld die USA der Welt abziehen durch diesen Trick. Dieser Trick, der bewegt hunderte von Milliarden jedes Jahr. Jetzt müsst ihr noch folgendes bedenken. In einer Welt, in der es nur goldgedeckte Währungen gibt, gibt es auch keine Handelsdefizite. Versteht ihr, wenn ich den USA irgendwas liefern will. Aber ich liefere es ihnen ja nur für Gold. Es gibt kein Papiergeld. Dann kann ich ihnen nur so viel davon liefern, wie sie mir auch Gold dafür geben können. Und das wird langfristig, nach Adam Ries ist ja ganz logisch, so viel sein, wie sie auch selber einnehmen. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, sobald diese goldgedeckte Währung kommt, die wird natürlich nicht überall auf der Welt Zahlungsmittel sein. So wie ich das verstanden habe, ist es auch eine reine Handelswährung. Also du als normaler Dulli, du wirst die gar nicht in die Hände kriegen. Du wirst dich damit zahlen in irgendwelchen Kneipen. Diese Währung und das Gold, für die es steht, wird einfach nur für die Abwicklung von Defiziten zuständig sein. Also sollte es mal in einem Jahr vorkommen, dass ein Land mehr liefert, als es sagen wir mal selber importiert, dann kann es einen gewissen Goldschatz anhäufen, aber es kann ihn nicht unendlich anhäufen. Das liegt in der Natur der Dinge. Das heißt, unser schönes Modell als Exportweltmeister ist tot. Wir werden in zehn Jahren kein Exportweltmeister mehr sein. Wir werden pro Kopf original genauso viel exportieren, wie alle anderen Länder auf der Welt auch. Das nur so kurz am Rande, aber heute hast du ja viele, die allen die Schuld geben. Zum Beispiel die Grünen jammern, die CDU ist an allem schuld, die ganzen Konservativen jammern, die Linken, die Linken haben damals schon die Linken alles kaputt gemacht. Ja, das ist aber alles schön und gut. Können jammern, so viele wollen. Aber es ändert nichts daran. Dieses System kam damals 1971 so zustande, es war ein historischer Zufall, bedingt durch die große Macht der USA konnte dieses Ding klappen. Und dadurch, dass sie ihre Verbündeten gut im Griff hatten, dadurch, dass alle Angst vor der Sowjetunion hatten und 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 und. Aber irgendwie fair oder richtig oder von Dauer, das wusste wahrscheinlich auch schon Nixon, dass dieses Ding nicht von Dauer sein würde. Jetzt müsst ihr bedenken, diese ganzen Länder, die deiner BRICS organisiert sind, außer Indien. Indien ist selber auch eher ein Manufacturer als ein Rohstofflieferant. Aber für China und Russland und diese ganzen anderen Länder gilt das nicht. Diese Länder wollen diese Währungen. Diese Länder wollen auf keinen Fall mit Papier bezahlt werden, weil letzten Endes sind Dollar Schrott. Versteht ihr? Wenn ihr jetzt auch seht, ich meine, Deutschland ist ja einer der Gewinner von diesem System gewesen. Das müsst ihr auch bedenken. Wir haben von diesem System gut profitiert in den letzten 52 Jahren, so nach dem Motto. Aber selbst wir, selbst das heilige Deutschland, unterliegt Inflation. Versteht ihr? Manchmal kommen so Schübe, jetzt ist halt das Russengas weg, jetzt müssen wir viel mehr Geld für Energie bezahlen. Und jetzt auf einmal merken wir, dass unser Wohlstand, oh, unser toller Wohlstand, versteht ihr? Was war unser Wohlstand eigentlich? Unser Wohlstand beruhte darauf, dass wir mehr für unsere Stunde Arbeit bekommen, als die Rohstofflieferanten, die uns diesen ganzen Kram liefern. Aber, versteht ihr, im Endeffekt, kann ich heute überall auf der Welt produzieren. Ihr habt ja gesehen, Öl und Gas und dieses ganze Zeug sind eine knappe Ressource. Und dieses ganze Gerede, dass irgendwie, wenn wir jetzt aufhören, Russen Öl zu kaufen, ich meine, das ist eine politische Maßnahme gegen Russland, ist ja auch in Ordnung. Aber, dass dann die ganze Welt plötzlich aufhört, Öl zu kaufen, nein, das wird die Welt nicht tun. Es wird immer jemanden geben, der die fossilen Brennstoffe, diese ganzen Energieträger, kaufen wird, der sie verwenden wird und der sich freut, wenn er sie günstig kriegt. Und genau so, wie unser Modell, unser Wirtschaftsmodell, als Exportweltmeister an seinem Ende angekommen ist, sind auch die USA als Weltmacht an die Ende gekommen. Ihr werdet sehen, in zehn Jahren werden die Staatshaushalte in so Ländern, die heute nicht als besonders reich gelten, sagen wir mal so ein Land wie Russland. Gut, Russland ist trotzdem reich wegen seinen Ressourcen, aber Russland wird viel höhere Steuereinnahmen haben und viel mehr Geld aufrufen für seine Produkte. Ich würde sagen, das reicht für einen ersten Teil. Ich habe ja schon so ein bisschen angefangen, euch die Folgen zu erklären, aber ich möchte mir nochmal fundiert Gedanken machen, und dann komme ich wahrscheinlich morgen oder übermorgen nochmal mit einer Sendung um die Ecke, was genau und wie genau wird die Welt sich jetzt verändern unter dem Druck dieser Ereignisse, weil ganz wichtig zu verstehen ist auch. Es gibt vieles daran, was unsere Politiker nicht stoppen können. Steht ihr, ihr könntet Petrus zum Bundeskanzler machen. Ich will jetzt nicht erzählen, dass die Ampel toll ist und dass die alles richtig machen oder so, um Gott behüte, aber wie gesagt, auch wenn Petrus heute Bundeskanzler wäre, dagegen kann er nichts tun. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht euch eine gute Zeit, bleibt gesund, bleibt mir gewogen, euer Rainer Ernst.